Ich weiß, du hast gerade Kopfschmerzen, aber gib dir das mal. Das ist nervig, oder? Aber das ist auch noch richtig nervig hier. Aber das Sound ist der Wurst. In dem Format hier immer richtig geile Gäste. Und diesmal habe ich auch jemanden dabei, den kennt ihr vielleicht, Tino. Tino, dieser geile Typ mit dieser richtig geilen Statur. Da ist er, da ist er ja. Guck mal. Wenn der Joel hier von seiner komischen Freundin da den Blowjob kriegt, dann ist das so kraftes. Die ist aber gar nicht drauf. Nee, aber die kennt man ja, wenn man das Spiel kennt. Na gut, die stirbt relativ früh. Oh, Spoiler! Ey, Tino, du kennst dich doch mit Brillen aus. Meine Nichte hat ein Problem, die ist halt noch ein Kind. Und die hat nur so ganz kleine Brillen. Wo kriegt man das her? Da gibt es einen ganz tollen Laden. Pädophilmann. Ah, okay. Oh, was ist denn da hinten? Das ist ja ein schönes Tier. Ja, wo ich das so sehe. Ich war neulich unterwegs auf dem Schafsplatz. Und da kam mir eine Herde Schafe entgegen. Mach du mal den Arm da bitte weg. Ach, Minde! Du hässlicher! Oh nein, er hat Post-Covid. Ach, Tino, das ist ja wohl ja richtig. Das ist doch richtig dumm. Über Corona spricht doch in zwei Wochen keiner mehr. Da gebe ich dir Brief und Siegel für. Ach, Sophie, wo gehst du jetzt zu Gleis 9 3 Viertel? Gleis 9 Viertel? Welches Gleis 9 3 Viertel? Bahnhof 7 8 Viertel. Da musst du, glaube ich, über Weg 4 5 Viertel. Ah, okay, danke. Oh, Tino. Oh, ich habe echt die Orientierung verloren. Wo sind wir denn hier eigentlich, Mann? Dein Krebs. D'accord. Ah, I see. So. Jetzt weiß ich, wir sind ja auf dem Markt. Tino, ich mag dich. Das ist so bescheuert. Da stehst du unter der Dusche. Da kommt dir ein Mock hoch. Oh, Tino, was trinkst du denn da leckeres? Ey, gibst du mir davon was ab? Wir könnten eine Kollaboration machen. Ne, die ist voll selten, Alter. Willst du damit sagen, du findest diese Cholera? Ja. Wirst du das? Ne. Ich auch nicht. Sound of Silence. Alter, ey, Tino, spielst du schon wieder dieses scheiß Pokemon Go, oder was? Ich soll irgendwo ein Apollo sein, aber ich finde es nicht. Ey, das ist so dumm, Mann. Wozu ist denn dein Dick da? Du sollst doch mal auf die... Such dir mal eine Frau mit einer Vulnona, oder so. Wobei, wobei. 가능ierenер? Hä, Cun? achernh, uuhhh, Uuhh, Huster, uuhh, Huster, uuhh, Huster, uuhhh, H states! Letztens war ich unterwegs und dann kam mir einfach eine Herde Schafe. Oh, du musst aber auch Karmineherde sagen. Karmineherde. Da kam mir letztens der Schaf... Ja, ich hab's schon wieder. Ich war irgendwie auf dem Schafsplatz in der Karmineherde. Der Schafsplatz. Der Bekannte. Ich war neulich auf dem Schafsplatz. Schön. Ja, wo ich das da gerade sieh. Scheiße.